Hallo meine Lieben, Helena hier. Ja, heute geht es wieder weiter mit der Erklärung des nächsten Produktes, was ich kennen und lieben gelernt habe, ja, was glaube ich jeder von uns liebt und schätzt und glaube ich, es gibt keinen, der es wirklich mittlerweile nicht nimmt. Ja, einer der Bestseller überhaupt, eine großartige Erfindung, also wirklich, da ist eine ganze Wissenschaft dahinter und ich werde wahrscheinlich, hoffentlich, nur das Wichtigste mal zusammenfassen, natürlich kann man da viel, viel, viel mehr darüber erfahren, indem man einfach mal in YouTube nachschaut oder mal nachlesen tut, aber ich versuche mal so das Wichtigste zusammenzufassen, warum ist dieses Produkt so einzigartig und warum ist das Produkt ein Muss? Auch jetzt natürlich sowieso auch wieder zu dieser Jahreszeit, aber auch eigentlich immer und ich habe beim letzten Video das Immune erklärt, was ja wirklich Immunbooster schlechthin ist. Ja, das ist unser Reserve und das ist wie gesagt absolut, also wirklich high level, sage ich mal, also fast ja schon Science Fiction und ein wahnsinniges, wichtiges Produkt, was so eben zum Thema geht, Anti-Aging, was zum Thema geht, Schutz vor den ganzen Oxidantien und natürlich ganz, 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 ganz toll anzuwenden bei chronischen Entzündungen, bei, ja für Sportler, wir stehen auf der Kölner Liste mit diesem Produkt, das heißt, wenn man wirklich sofort unmittelbar Energie benötigt, verbessert die Gehirnleistung, also verbessert den Fettstoffwechsel, also ganz, ganz wichtiges Thema, aber natürlich der Hauptbestandteil von dem Produkt ist natürlich das Resveratrol und das Resveratrol, ja, sagt vielleicht vielen etwas, vielleicht auch vielen nicht, ich erkläre es gleich, also wirklich ganz, ganz wichtig, ist wirklich ein starker Antioxidant, also gegen eben diese freien Radikale und natürlich gibt es da noch weitere, also acht weitere Komponenten, die auch mega, mega wichtig sind, gerade um diese freien Radikale aufzufangen, um die Zelle, die DNS zu schützen, das ist natürlich eben unter anderem Acai, also das Juwel des Amazonas, dann natürlich Aloe Vera, Süßkirsche, Traubensaft, Traubenkerne, dann Granatapfel, all die Sachen, wissen Sie selber, wie stark die wirken können, wie stark den Körper aufbauen, ja, natürlich Anti-Aging schlechthin und ja, auf jeden Fall eben dieses Thema Oxidation, das viele ja teilweise auch schon wissen, ich meine, das ist einfach eine chemische Reaktion, wo einfach Sauerstoff beteiligt ist, ich sage mal ein Beispiel, die meisten glaube ich kennen dieses Beispiel, wenn Sie jetzt einen Apfel aufschneiden, ja, paar Minuten später ist er nämlich oben braun und das ist nichts anderes wie eine Oxidation, dasselbe ist, wenn Sie irgendwie Schrauben irgendwo hinlegen, die oxidieren, die werden immer braun und das, ja, schlimmer eigentlich ist ja, dass es ja nicht nur beim Apfel so ist oder bei den Schrauben, sondern es ist genauso mit unserem Körper, mit unseren Zellen, das heißt, wenn wir keinen gewissen Schutz aufbauen, dann werden natürlich auch unsere DNS genauso, sage ich mal, gerostet und altert wesentlich schneller und damit das nicht passiert, dann nehmen Sie bitte unbedingt Reserve, weil dieses Reservatrol eben bekannt natürlich aus dem Rotwein, das ist zum Beispiel auch eine Entdeckung gewesen, weil ja auch in Frankreich entdeckt worden ist, weil da haben sie ja wirklich Studien geführt, weil sie einfach wissen wollten, warum leben Franzosen einfach länger als viele, viele anderen und sind ja dann eben fündig geworden und haben festgestellt, weil die einfach einen sehr hohen Rotweinverzehr haben und warum Rotwein, warum, ne, klar ist man Alkohol dahingestellt, aber weil Rotwein wirklich wahnsinnig hohen Anteil an Reservatrol hat, an sekundären Pflanzenstoffen, an Polyphenolen und eben die wirklich wahnsinnig wichtig sind für unseren Körper und deshalb ein wahnsinniger Schutz eben gegen Alterung, was hier wirklich mit einem CAP-E-Test bestätigt worden ist, wirklich wissenschaftlich belegt, ist natürlich, dass es kaum, kaum Produkte gibt, die natürlich die, ja, die DNS schützen können, weil um die DNS überhaupt an die DNS ranzukommen, muss erstmal eine Zellmembran durchbrochen werden und das ist gar nicht so einfach und das gibt es, wenn überhaupt Produkte es gibt auf diesem Welt, die es schaffen und das ist wirklich mit diesem Produkt schwarz auf weiß bestätigt worden, dass wirklich die Zellmembran durchgebrochen wird und wirklich dieses Reserv in die lebende Zelle eindringt und die dort schon quasi vor der Oxidation, vor den Antioxidantien schützen tut. Wahnsinn und deshalb natürlich bleiben die Zellen länger erhalten, die rosten nicht, Anführungszeichen und somit natürlich haben wir auch eine sehr längere oder hohe Lebenserwartung plus dazu eben wenn die Milchentzündungen im Körper vorhanden sind, gerade chronische Entzündungen, wirklich, wirklich, da haben wir sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, die absolut da, ja, und das Produkt einfach unterstützend, unterstützend wirken kann, um einfach diese, ja, Bewehen vielleicht einfach zu mildern, ne, ähm, genau, ich habe eine eigene Erfahrung, zum Beispiel bei meiner Tochter, die ja ein bisschen an Unterholstupfen leidet und, äh, da haben wir wirklich feststellen müssen, also wirklich drei Sacher, also einen Tag, zweiter, dritter Tag und ab den vierten Tag bis heute hatte sie wirklich kein Problem mehr damit, also wirklich eine eigene Erfahrung, aber wir haben Gott sei Dank auch viele, viele andere Menschen, wo ich jetzt gerne dann auch ein paar Sachen vorlese, dass es wirklich, man, äh, ja auch sieht, es sind keinerlei gottbewahrer Heilhaussagen, sind wirklich Erfahrungswerte, äh, der Menschen, die einfach selber es spüren, ähm, fühlen und deshalb ist das Produkt so, so mega wichtig und, ja, ich habe viele, viele Heilpraktiker bei mir im Team, die es einfach wieder bestätigen, man kann so viel damit erreichen und wie gesagt, gerade auch Profisportler schwören drauf, teilweise kommen Profisportler nur zu uns wegen diesem Produkt, weil er einfach so stark Energie liefert, so stark, äh, ja, Muskelaufbau und so weiter und so fort, also ganz, ganz tolle Geschichte, also nochmal zusammengefasst, Anti-Aging, sprich, äh, Schutz vor den kompletten, ne, freien Radikalen, weil natürlich körpereigene, äh, Antioxidantien haben wir auch, aber die sind wirklich so wenig, also es reicht nicht aus, um alle diese Vorgänge eben, äh, irgendwie zu schützen und deshalb muss man zufügen und wenn man überlegt, dass in einem Sachet sind mehr als 185 Milligramm Resveratrol drin, das ist ein Wahnsinn, dann kommt die tolle Form dazu übrigens, es ist eine gelartige Form, das heißt ein Sachet, es wird einfach aufgerissen, pro Tag kann man eins bis drei nehmen, gerade wenn man zum Beispiel erkältet ist, wenn man jetzt gerade ja, wenn man auf das Thema jetzt nimmt, äh, Covid, auch da haben wir ganz tolle Erfahrungswerte, also alles Erfahrungswerte, wo die Menschen halt viel schneller fitter werden, wo sie wieder viel schneller den Geschmack und ihren Geruchssinn zurückbekommen, es ist wirklich phänomenal und das Schöne und das Wichtige ist wirklich diese Gelform, das heißt es wird einfach ausgesaugt und warum Gelform ist einfach, ja, von der Aufnahme viel besser, das heißt, ähm, die Bio-Verfügbarkeit ist wahnsinnig hoch, so dass es praktisch sofort eben in der, von der, äh, vom Körper, von den Zellen aufgenommen wird und eben dann auch sofort wirkt und, ähm, ja, deshalb kann ich nur empfehlen, auch da probieren Sie es selber aus, Sie werden wirklich sehr, sehr schnell merken, wie toll das Produkt wirkt, ähm, und denken Sie immer dran, ihr Körper, ihre Zellen wirklich zu schützen und das können halt wirklich wenige Produkte und, ähm, ja, deshalb unser Reserve und, ähm, ja, deshalb unser Reserve und auch da zum Beispiel, ähm, übrigens auch halal-konform, das wäre immer wichtig dazu zu sagen und dann natürlich, äh, ja, wenn ich das ein bisschen da zusammenfasse, was haben die, die Partner geschrieben, die Menschen, die Kunden geschrieben, also zum Beispiel hier Erfahrungs, ne, alles Erfahrungsberichte, nicht, dass ich was hier ausdenke, ne, keine Regelschmerzen mehr, dann starkes System, Immunsystem wieder, Neurodermitis, Polerallergie verschwunden, äh, Muskelkrämpfe, Verspannungen sind besser geworden, Darmprobleme sind besser geworden, bye-bye, Fructose und Laktoseintoleranz, hallo Lebensqualität hat eine geschrieben, Hilf gegen Migräne, Nesselsucht zum Beispiel nach circa einem Monat tägliche Einnahme von einem Reservepäckchen ist, ist jahrelange Nesselsucht kein Problem mehr, also ich lese einfach vor, was mir hier berichtet worden ist, natürlich auch wichtig und gut für die Tiere, äh, ja, dann wieder Neurodermitis, Schwellungen, Schmerzen, wir sind verschwunden, also Wahnsinn, man merkt, was für ein breites Spektrum dieses Produkt einfach hat und deshalb, ja, sage ich mal wirklich, danke, danke für das hier und ja, probiert es einfach aus, viel Spaß damit, gebt bitte eure Feedbacks an uns weiter, wir freuen uns, Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!